Heute Morgen Auf dem Weg zur Arbeit, die Nachrichten gechappt, investigativ war auf den Punkt Intrigen aufgedeckt, mein Profil entsprechend, Interessen abgedeckt, und doch dieser digitale Käse hat mir gut geschmeckt. Neue Freundschaftsanfrage der Planeten, die nehm ich direkt an und ich frag wie es so geht, es scheint doch alles teils zu sein, bis auf die paar Krisen, doch das kurbelt unsere Wirtschaft an und steigert die Devise. So tippe ich drauf los, wie geht's dir als Haus, Entwicklungen wie diese, die verdienen auch voll Applaus, das sah er komplett anders, er klagte mir sein Land, das ging so über Tage, am Ende zählte ich die Zeit. Das alles hier wird krachen gehen und ganz generell drehe ich seit Anbeginn der Zeit, doch hier, hier dreht's so schnell. Bründe der Misere sind den meisten doch bekannt, und trotzdem fahrt ihr diese Scheiße, löcheln an die Wand. Die Schuld ist schnell gefunden, doch ans System gebunden, werden Stimmen abgestellt, verdammt, es geht um Geld, um Wohlstand und Wachstum und korrektes Bürgertum. Leiden müssen andere, da kann man halt nix tun, der Planet fängt an zu grübeln, sagt, seid es euch bewusst, dass euer Kapital mich nicht beeinflusst. Das alles hier wird krachen gehen und ganz generell drehe ich seit Anbeginn der Zeit, doch hier, hier dreht's so schnell. Ich drehe trotzdem weiter, nicht langsamer, nicht schneller, doch was er daraus macht, das steht auf einem anderen Nenner. Ich sage, ihr Planet war nicht so dramatisch, denk mal positiv und sei nicht so apathisch. Er sagt, ich bin halt alt und ich hab meinen Job gemacht, wenn ihr's so wollt, sag ich für immer, gute Nacht. Seid euch alles sicher, es wird ein großer Schritt und geht mal davon aus. Das alles hier wird krachen gehen und ganz generell drehe ich seit Anbeginn der Zeit, doch hier. Er dreht zu schnell, er dreht zu schnell. Er dreht zu schnell, er dreht zu schnell. Oh yeah. Er dreht zu schnell, er dreht zu schnell, er dreht zu schnell. Vielen Dank.